Pro und Konter an diesem verregneten Dienstagmittag mit dem FC Basel. Logischerweise, weil ohne geht es ja nicht. Es ist ja schliesslich Fonduwetter. Mit dem HC Lugano, wo wahrscheinlich Schönwetter hat, einen an den Alpen. Ich weiss es nicht, müssen wir nachschauen. Und mit dem Ballon d'Or, wo dem Herr Kessler sehr gefallen hat, wie wir vorhin schon herausgefunden haben. Also mehr jetzt gerade. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeindrückt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch etwas erklären kann. Pro und Konter. Dino. Grüezi. Wie geht's? Gut, gut. Schönes Wetter. Du bist nicht mit dem Velo gekommen heute, nachdem du ja vor wenigen Wochen deine Radfahrerkarriere begonnen hast. Absolut. Begonnen hast. Es ist das Unding, dass man anfängt, hochdeutsche Satzkonstruktionen auf Schweizerdeutsch zu sagen. Nachdem du angefangen hast, Velo zu fahren, könnte man fast sagen. Du hast es schon vorher beherrscht, aber die als Gravelbike-Fahrer jetzt angefangen, versuchen, sagt man dann immer so gönnerhaft. Und jetzt wirst du jäh ausgebremst vom Wetter. Gut, irgendwie habe ich es gewusst, wenn ich Mitte Oktober erst anfange. Also das ist der Klimawandel einfach überschätzt. Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich darauf eingestellt, dass irgendwann feucht wird und kühlkühle, macht man nichts, aber so ein Pflutsch rumfahren, ist dann doch nicht so mies. Ich bin nicht richtig ausgerüstet. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Radquer ist kein Thema. Nein. Weil Gravelbike, das ist ja im Prinzip ein Radquer-Velo. Faktisch, steht einfach ein bisschen besser. Also nein, Cyclocross sagt man ja im Radquer heutzutage. Und dass du Didi Runkel wüsst, damals, dann würdest du es Didi Runkel nennen wahrscheinlich. Cyclocross. Also kein Radquer. Lieber nicht. Okay. Also. Und jetzt? Feldwegli gönne, was ein bisschen Kies drauf ist. Ist auch noch witzig. Aber halt auch, wenn es zu fest regnet, bin ich nicht ausgerüstet. Ich bin ja nicht so fanatisiert, dass ich mir da die richtigen Ausrüstungsgegenstände zusammen glaube. Sondern ich verlasse mich auf die Trainerhose, die ich noch habe. Und das muss es tun. Aber das wird jetzt auch einfach erst noch dein Name kommen. Das mit der Ausrüstung. Du bist seit wenigen Wochen Starz-Besitzer von diesem Gravelbike. Richtig. Und das ist ja dann so ein schleichender Prozess, dass man immer noch mal findet, ah, jetzt aber da, die Velohandschen, die wären jetzt noch gut. Und dann, so eine überdimensionierte Sonnenbrühe, brauchst du dann auch irgendwann, so eine gespiegelte. Ich freue mich auf das. Im nächsten Frühling. Ich prophezeie einen grossen Einkauf. Ah schon? Mhm. Ich versuche es zu verhindern. Also. Sprechen kann ich aber wie gewohnt nichts. Aber, aber, wir sind auch immer ein bisschen normal dahergekommen. Du musst auch nichts versprechen. Wir haben letzte Woche etwas versprochen. Und zwar haben wir versprochen, unsere Tipps aufzulösen. Genau. Und ich glaube, das erste Mal in der Geschichte von diesem Podcast wollen wir ein Versprechen halten, das wir auch gemacht haben. Darum, was haben wir getippt? Wir haben zwei Match getippt, vergangenen Seinstag das Manchester Derby United gegen Manchester City. Bekanntlich 0 zu 3 ausgegangen. Und wir haben Basel gegen Basel in Lausanne. Lausanne gegen Lausanne Sporch. Man muss es ja sagen, mittlerweile, weil Hayab Lausanne in der Superliga spielt. Lausanne Sporch gegen FCB, wo ebenfalls 3 noch ausgegangen ist. Allerdings das mal für die Heimmannschaft. Was ist es? Das Unentschieden, was wir gemacht haben? Du hast bei United gegen City 1-1 getippt. Also nicht gereicht. Ich habe 1-3 getippt. Also immerhin Haaland Foden habe ich richtig gehabt. Und dann habe ich United irgendwo noch ein Goal gegeben. Ungeschickterweise. Hat der Ederson effekt eingeplant, dass der sich irgendwie noch einen hinterher schmeisst. Und umgekehrt aber hast du Lausanne Basel zwei noch gehabt, wo ich ein No-No-Tipp hatte. In der Annahme, dass zwei Mannschaften, die nicht im Strumpf sind, sicher keinen Goal-Stand bringen. Du korrekt. Was hast du die zwei Penaltis vor deinem geistigen Auge gesehen? Was für Lausanne gegeben hat? Nein, eher der Goal wie das 3-0 von Alvin Sanchez. Der Goal habe ich vor mir gesehen. Ein herrliches Goal, muss man sagen. Ein herrliches Goal, ja. Am Schluss, in der Entstehung aus Basler Perspektive recht läppisch, aber herrlich abgeschlossen. Penalty-Entscheidungen, also das haben sie vom Barry. Was erwartest du, wenn ein Stürmer im eigenen Strafraum versucht einzugreifen, dann kommt es genau so raus. Muss man glaube ich nicht diskutieren. Dass das ein Penalti ist, nein, das muss man nicht diskutieren. Und der nachher eigentlich auch nicht. Nein. Und damit wären wir schon beim FCB, resultatmässig. Kann es eigentlich nur mal aufwärts gehen. Das haben wir schon festgestellt, jetzt in der letzten Woche. Jetzt hat man auf der Trainerbank etwas gemacht. Wir nehmen am Dienstag noch Mittag auf am Frühchen. Am Dienstag Morgen ist das passiert, was man eigentlich schon ein bisschen früher erwartet hat. Vogel abgeschossen. Kalestin ist da, oder? Neuer Trainer, neues Glück, ist die Frage, was sich in Basel jetzt anzustellen. Also Heiko Vogel hat es ja wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Wochen die komplette Stadt gegen sich aufzubringen. Also es ist wirklich, ich bin ja doch noch ein bisschen vernetzt in diesem Basel und es ist bemerkenswert, wie einig, dass man sich ist in Bezug auf die Personalien. Also man hat, man ist ja schon überrascht gewesen, dass man Timo Schulz entlassen hat. Aber gefunden, ja gut, der Vogel, also dort hat es schon Aufruhr gegeben. Und jetzt ist erstaunlicherweise dann wirklich die desaströse Bilanz mit vier Matchen, vier Niederlagen, 0 zu 10, Go, ja, hat die ganze Geschichte dann weiter und weiter lassen, brodeln. Und das 0-3-and-Losan, das ist ja die letzte Bankrotterklärung gewesen. Ja, man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft nicht reagiert auf den Vogel. Also sie reagiert schon, aber nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es wird eigentlich Leistungsverweigerung, nicht im Sinne von «Ii bewege mich nicht mehr», aber ja, hat nichts mehr geklappt. Erstaunlich. Gar nichts mehr. Ja, man hat gesehen, den Barry zum Beispiel im eigenen Strafraum, Ballblock hier mit dem Mehlbogen, wenn es gut läuft, machst du es nicht logischerweise, aber alle Symptome von einer Krise hat man da erkennen können. Und was willst du dann machen? Also es bleibt ja nichts übrig, du kannst Geduld haben und sagen, ja, irgendwann schaffen wir es schon. Einfach wegen der Tabellensituation ziemlich kritisch. Ja, man könnte sogar absteigen, der letzte geht direkt, aber wenn du nicht hinten rauskommst, ja, zu lange warten, willst du auch nicht. Also musst du jetzt etwas machen mit diesen Symptomen. Vogel bringt es nicht her, also stellst du einen neuen Mann her und hoffst, dass es besser wird. Du spielst zuerst gegen Kriens im Cup, du bist morgen Mittwoch und am Wochenende ausgerechnet gegen Iverdon, der lustigerweise auch den Trainer entlassen hat. Dort weiss man nicht so genau, denn es läuft eigentlich nicht so schlecht im Verhältnis zu den Erwartungen. Das sind jetzt auch nicht die Dankbarsten, aber welche sind schon dankbar für den FC Basel im Moment? Da gehst du davon aus, wenn du Letzter bist, musst du froh sein um jeden Punkt, den du gewinnst. Aber erwartet tut man eigentlich schon, dass die Mannschaft gut Top 6 spielen kann und nicht Angst haben. Das ist das Brutale in Basel im Moment. Also man hat Iverdon, wo man es nächstes hat, in der Meisterschaft auf Platz 8 mit 16 Punkten 11 Punkte Rückstand hat man auf die. Auf einen Aufsteiger, auf einen schwächsten Aufsteiger hat man eigentlich angenommen. Der punktenmässig schwächste Aufsteiger ist Tadlos Anoussi, der auch der zweitschwächste Klub der Superliga ist vor Basel mit 5 Punkten Vorsprung. Also die Tabaya-Situation ist schon verheerend nach 11 Menschen. Also da reden wir nicht von einem kleinen Stolperstart. Das hat man im Basel logischerweise mitbekommen. Also im Umfeld auch, im Klub auch. Man hat jetzt die letzten paar Wochen ja auf sämtlichen Kanälen auch mitbekommen, wie es dort gebrodelt. Ich bin jetzt gespannt, was mit dem Celestini möglich ist. Wenn die gute Nachricht ist, er hat den Kopp schon einmal gewonnen. Viele, also man muss jetzt auch nicht wahnsinnig gut rechnen können, um darauf zu kommen, dass die realistischste Variante zum nächsten Saison Europäisch zu spielen, was für den FC Basel immer noch beim Geschäftsmodell, wo man sich dafür entschieden hat, eigentlich von entscheidender Bedeutung ist. Der Kopp ist der einfachste Weg. Celestini 2021 Gebsiger wurde mit Luzern. Er ist eigentlich auch einer, der schnell funktioniert. Das letzte in Sion nicht. Dort hat er sechs Matches bekommen in der Abstiegssaison von Sion. Keiner davon gewonnen. Jetzt kann man sagen, Sion noch einmal ein bisschen dysfunktionaler als alles andere, die man kennt im Schweizer Profifussball. Sonst aber in Luzern, wo er gekommen ist, von sechs Matches fünf gewonnen in Lugano sofort der Fall. Das ist jetzt das, was man sich erhofft, logischerweise. zu Basel. Die Frage ist, funktioniert er in diesem Umfeld so, wie man sich das würde wünschen aus rot-blauer Sicht oder ist es dann doch eher ist es, wahrscheinlich muss man es ganz grundlegend formulieren, wie schwierig ist die Aufgabe wirklich? Weil, und beantworten kann man das wahrscheinlich nicht, weil man nicht genau weiss, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Heiko Vogel, wo er noch Sportchef war und Trainer hat er gesagt, er sei überzeugt, dass die Mannschaft besser sei als die, die letzte Saison auf dem Platz stand, die fünft worden ist und in der Conference League in den Hauptfinal gekommen ist. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich streiten darüber, ob das stimmt oder nicht. Sportlich ist es im Moment auf dem Platz nicht. Vielleicht schafft es Celestinos den jetzt jetzt sieht, dann kann man gleichzeitig sagen, das ist nicht unbedingt Kunst, weil so gut läuft es ja offensichtlich nicht. Die Frage ist, wo sind die Limiten von dem Team? Aber vielleicht hofft man einfach darauf, dass man mal ein Goal schiesst, nachdem im Oktober nicht ein Pflichtspiel Goal hergebracht hat, was schon ein Wahnsinn bei diesen Spielern wird jetzt zuerst mal Freude darüber gross sein, dass man etwas gemacht hat. Auch wenn man das nicht so ausspricht, dass der Vogel mal weg ist, dass man ein bisschen ein Neuanfang hat, ein neues Gesicht, logischerweise, dann darf man sich hoffentlich über den Sied gekrienzen, aber aus Sicht des FC Basel nimmt man jetzt alles, auch wenn es unter Klassiker ist, im Köp, das ist manchmal auch nicht eine Situation, die einem gut tut. Wenn man in der Krise ist, dann heisst es gleich, ich muss schlagen, warum, wir sind ja auch schlecht, kommt dann das her, versteht man nicht immer, das ist die Dynamik vom Profi im Krisenmodus, nicht genau das gleiche, wie wenn er immer noch gewinnt, aber jetzt die herzubringen, ich glaube, Celestini funktioniert sehr gut, wenn er anfängt, in der Regel, jetzt bei sie ja nicht, aber das haben wir schon erwähnt, sein funktionales Umfeld, sollte da eigentlich in abgeschwächter Form zwar auch vorhanden im Moment, aber doch die Möglichkeiten im normalen Rahmen zu schaffen, sollte möglich sein, bis zu einem gewissen Punkt, aber dann sollte die Fesseln gelöst werden schon möglich sein, also der muss Möglichkeiten haben, um das zu bewerkstelligen zu können, dass die mindestens mal befreit aufspielen, wieder mal zu einem Goal kommen, wenn es normal läuft, den Match gewinnen und den Schwung mitnehmen. Natürlich stellt man sich das vor, darum machst den Trainerwechsel, aber aufgrund der Möglichkeiten einer Mannschaft sollte es doch möglich sein, eine Unterklassung in so einer Goebb-Partie zu schlagen. Ja, also. Das muss möglich sein, und von dem kannst du rausgehen und dann baust du auf, aber eben, die Wunschvorstellung treffe nicht immer ein, und das darf man nicht vergessen, der FC Basel ist Letzter mit 5 Punkten und 11 Spielen, das ist wirklich schlechte Bilanz, und die kommt irgendwo her, da kannst du nicht einfach sagen, die Mannschaft ist eigentlich besser, als man sie jetzt kennenlernt, nein, das ist das Resultat und das ist die ultimative Wahrheit, sie hat aus 11 Spielen 5 Punkte geholt, wenn sie besser ist, dann müssen sie das mal beweisen. Ja, vor allem muss sie jetzt aus den nächsten 22 Match, man müsste ausrechnen, aber sehr viele Punkte holen, um noch in die Top 6 zu kommen, irgendwie, also man rechnet Woche für Woche nach, wie viele Punkte Rückstand es ist, auf Platz 6, es sind 11 im Moment, das ist sehr viel, so für jede Meisterschaft, man hat einen Punkt pro Meisterschaftsspiel verloren, auf den 6. Platz, also das ist, das muss man nicht zu einem oder zwei Gegner überholen, sondern die recht ist, mindestens fünf, oder, man muss überholen, wo auch immer Punkte holen können, bis jetzt holen die alle mehr Punkte als Basel, also, man muss einfach davon ausgehen, jetzt machen wir Trainerwechsel und nachher sind wir besser als die meisten von denen. Aber, wer weiss, wer weiss, vielleicht, wenn er mit dem Celestini jetzt einen Vertrag bis Ende Saison gegeben hat, der hat ja auch etwas zu beweisen, vor zwei Jahren noch ein Interview gegeben, einigermassen legendär, kann man sagen, in Le Mathe, Dimanche war es, wo er darüber geredet hat, er wusste, dass er nie den Trainerjob bei IB oder Basel bekam, warum, ja, er wusste es einfach, jetzt muss man dazu sagen, damals, Basel sicher noch mehr Top-Adressen gewesen, logisch, jetzt hat er den Baseljob, jetzt kann er mit dem, wo man ihm dort herstellt, was individuelle Klasse angeht, nicht so schlecht, kann sie zeigen, was er kann. Wer weiss, vielleicht hat er am Schluss auch etwas davon, Celestini hat seinen Ruf, der nach Sion sicher ramponiert ist, also das muss man so sagen, spricht ja auch immer für eine gewisse Verzweiflung, wenn man auf Sion geht, Trainer sein und gleichzeitig Basel, die brauchen jetzt einen neuen Impuls, da kommen sie über, ich habe schon das Gefühl, also die ganze Stadt, man habe es vorher schon gesagt, ist in Aufruhr gewesen in den letzten Wochen, in Bezug auf die Personalie Heiko-Vogel, das löst jetzt auch irgendwo einfach die ganze kollektive Verkrampfung auch, das kann eigentlich, das kann eigentlich nur einen positiven Effekt, nachdem die Frage ist, ist er nachher positiv genug. Also was wir gerne mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass wir auch nächste Woche wieder über der FC Basel reden werden, dann in einer anderen Zusammenbesitzung, das darf man schon ankündigen, du hast Ferien, das darf man ankündigen? Also werden wir jemanden suchen müssen, der genau gleich viel über der FC Basel weiss. Vielleicht sogar noch mehr, wer weiss. Vielleicht, schauen wir noch mal. Ich bin gespannt, kommen wir reden über etwas Neues oder hast du noch etwas zu Basel sagen, Entschuldigung? Nein, das ist eigentlich genug. Wir drehen uns hier schon im Kreis, jetzt lassen wir dem neuen Trainer die Möglichkeit, ein paar Ergebnisse einzufahren und dann schauen wir weiter. Jemand, der eine Wende geschafft hat in dieser Saison, ohne dass den Trainer wechseln ist, zum Beispiel der HC Lugano, jetzt bewegen wir uns auf Glattis, mit dieser Aussage allerdings nicht, das ist tatsächlich so. Lugano am Anfang auch grosse Probleme hatte und plötzlich zuletzt sieben, sie in neun Spielen sind vorgestossen bis in die Top-6-Range und verraten eigentlich wieder ein bisschen von dem Glanz, den man früher bei Lugano regelmässig gesehen und gespürt hat. Einfach nicht nur zwischendurch, dass sie wieder erfolgreich sind, sie sind sogar zweiter wieder im Finale gewesen, aber man hat nie mehr so eine Saison gesehen, die sie immer relativ gut gespielt haben und Erfolg mit dieser schönen Spiel, wie sie verbunden haben. Das sieht man jetzt wieder. Warum? Warum? Weil sie einfach kein Lotterhaufen mehr sind. Es ist defensiv stabiler als auch schon, das kann man sagen. Man hat, ich staune ja, dass der Kollege Gianni Natsi noch im Amt ist. Man hat vor einem Jahr ins Amt geheft, wenn ich mich nicht täusche, doch, das müsste vor einem Jahr gewesen sein, vielleicht ein bisschen später. Und meine erste Reaktion war, okay, da verheizt man jetzt einen, der wahrscheinlich ein gewisses Potenzial hat. Und jetzt ist er immer noch da, hat jetzt auch die erste Krise, man kann es so sagen, von der Saison überstanden. Und Lugano ist, man muss wahrscheinlich sagen, seriös unterwegs. Man hat zum Beispiel den Kalle Andersson aus dem, ja nicht gerade aus dem Verkehr gezogen, der schwedische Offensivverteidiger mit Schweizer Lizenz, lange beim SCB gewesen, nachher noch auf Lugano gegangen, letzte Saison noch viel mehr gespielt und jetzt scheint man irgendwie festgestellt zu haben, dass dort, ja, es wahrscheinlich gewinnbringender ist, wenn Andersson nur noch limitiert Einfluss auf Spö hat und nicht so viel. Und die neue Seriosität, die zahlt sich jetzt aus. Also man kommt zu diesen Sägen und man kommt vor allem nicht irgendwie knapp und gewurschtelt zu diesen Sägen, sondern das hat die Hand und die Fuss gemacht. Hängt mit einem Namen speziell zusammen, der dir im Moment besonders Eindruck macht? in Türke auch für Mittelstürmer, die eigentlich alle Ansätze verraten, die man sich wünscht von einem Schweizer Mittelstürmer insbesondere. Das ist Wucht, das ist physisch, das ist Spielwitz, das ist Entschlossenheit, alles passt. Da wird sich auch den nicht verloren. Völlig hypothetisch. Völliger Hoferkäse. Aber man könnte diese Leute natürlich immer brauchen. Und Lugano sowieso. Im Windschatten vom Türkei hat man immer gut gespielt. Am Anfang Saison auch während der Krise immer gebucht und hergestanden. Und jetzt hat man gemerkt, wenn man Gianni Nazzi Zeit gibt, dann merkt man selbst auch etwas. Es kann nämlich durchaus möglich sein, dass sich ein Mannschaft fängt, ohne dass man den Trainer wechseln muss. Die Chance hat man dem zu geben. Es ist auch logisch, ein eigener Mann, den man aufbauen will, nicht sofort wie bei anderen. Und jetzt die Massnahmen muss ich sagen, beim Anderen ein bisschen Einsatzzeiten wegnehmen. Er ist halt einer, der sehr riskant spielt. Ein Offensivverteidiger, die kann man nehmen, die kann man laufen lassen, wenn die Bilanz stimmt, wenn man mehr kriegt, einen schönen Anteil vom Lohn zahlen muss. Zu diesen Bedingungen hat Lugano den übernommen. Da merkt man auch schon, dass irgendwo nicht alles stimmt. Das kann man sich heute bei der zügigen Spielweise nicht mehr leisten. Ein Verteidiger, der vielfach außerhalb seiner Position verwischt wird, dass er zu weit vorne ist, nicht im richtigen Moment vorne ist, nachher nicht mehr hinten ist. Und wenn er hinten ist, hat er das Defensivspiel nicht im Griff. Da musst du reduzieren, da musst du einfach bewusst sein. Das bringt uns offensiv zu wenig, defensiv ist nicht verlässlich. Also lassen wir ihn lieber weniger laufen. Vielleicht merkt er selber, dass er seine Spiele ändern muss. Wenn er das überhaupt kann, das ist auch nicht immer möglich. Wenn du so gewohlt bist, dann ist das das, was du liefern kannst. Da muss man einfach überlegen, einen Wechsel. Vielleicht die beste Lösung wäre. Es gibt vielleicht einen Abnehmer, der findet, der passt zu uns. Man könnte das vertragen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich wollte fragen, wer kommt er uns hin? Müsste Lugano auch noch einen Teil des Lohn bezahlen? Jeden Monat noch ein Kalt-Scheck bekommt, würde man in Nordamerika sagen, von drei verschiedenen Arbeitgebern. Die Messer hat festgestellt, der bringt uns nichts mehr. Wir wollen ihn nicht behalten. Wir haben einen Abnehmer gesucht, der Vertrag ist noch gelaufen. Lugano hat gesagt, wir nehmen den gerne, aber wir müssen noch Teil des Lohn zahlen. Die grosse Frage, die sich stellt, ist das nachhaltig, was in Lugano passiert, oder ist es einfach das Übliche auf und ab und aufs auffällt irgendwann wieder ein Ab. Wir nehmen am 31. Oktober auf, die Saison geht noch sehr lange, sagen wir es. Ich glaube, das ist nachhaltig, weil der Massnahme, wenn du siehst, dass der Trainer mittlerweile weiss, was los ist mit seiner Mannschaft und dann reagiert er so und bringt es nachher her, das ist etwas, was der Mannschaft Mut macht. Vielfach sagst du den Trainer merkt gar nicht, was bei uns läuft. Er verfolgt einfach stur seinen Weg. Da werden Massnahmen getroffen. Es braucht manchmal noch wenig, bis die Mannschaft sagt, jetzt macht es Klick bei uns, dieser Weg passt, den müssen wir weiterverfolgen. Der Trainer ist schon so, natürlich so ein junger Trainer, vor allem wie Gianni Nazzi, seine zweite Saison, die erste, ganze Saison, die er machen darf, ist natürlich bestätigt in seinem Fachwissen, das er hat, das er noch nicht sehr tief verankert sein kann, dass es eben auch etwas bringt und man sich das genau überlegt, wer setzt sie wie oft ein. Ich gehe nicht einfach von der Name aus und sage, der ist bekannt, der ist arriviert, der muss ich in 20 Minuten spielen lassen. Nein, der muss so viel spielen lassen, wie es verdreht. Gut, jetzt muss man dazu sagen, in Lugano hast du ja relativ viel bekannte und arrivierte nehmen, das kommt noch erschwerend dazu, ist ja keine billige Mannschaft. Absolut, ja, vor allem im Angriff hast du ein Kader, mit klingenden Namen, aber man hat zum Beispiel Marco Bello den Käpten weggenommen, was von Anfang an eigentlich keinen Sinn gemacht hat, wieso muss der Käpten sein, nur weil er bekannt ist, das hat dem offensichtlich nicht gut durchgehauen, der geht mit dem ganz anders um jetzt und ja, Marco Bello ist jetzt auch nicht mehr die spielbestimmende Figur, hat immer noch seine Rolle, macht ab und zu einen Goal, aber so dominant wie der vor ein paar Jahre war, ist er nicht mehr, ist er auch schon in die Jahre geholt, logischerweise, muss auch für einen Umbruch sorgen, Lugano hat auch ein paar ältere Spieler, aber die machen mir eigentlich keine grosse Sorgen, auch Julian Walker zum Beispiel, das ist vergnüglich dem zuzulagen, der spielt immer noch seine Rolle als Form von Abgeschwächten mit dem Forcer, ohne dass er einschläht, immer etwas am Ruppig tun, am Maulen passt auch, das ist stimmig. Er baut eine Drohkulisse auf, aber es ist einfach einer für die defensive Arbeit, was du brauchst und irgendwie scheint er sich in diese Rolle schon länger hineingefunden zu haben. Jetzt, also du sagst, das ist nachhaltig. Ich würde sagen, kann ich vieles machen. Wir überprüfen es ja dann, wenn man daran denkt. Es ist lustig zum Thesen aufzustellen, von dem leben wir ja. Das tut auch gut, mal an etwas zu glauben, statt immer nur Nein zu sagen. Nein, das klappt sicher nicht. Das ist Defetismus. Das ist mir eigentlich zu langweilig. Hoffen wir doch, dass Lugano einmal, auch unserem Produzent Michi Huber, der Lugano Fan ist, ein Produzent im Studio, im Tv-Studio. In dem Tv-Studio, auch bekannt, Molton Huber, wir wissen es, den kennen wir. Das ist der, der ist Lugano Fan. Und dem wäre es auch gut, wenn Lugano wieder einmal richtig zuschlagen. 2006, letztes Mal Meister, das ist übrigens 16 Jahre her, der Huber ist mittlerweile, ich weiss nicht, wie alt er ist. Ah, der hat schon fast englige Kinder. So alt ist der. Das wäre etwas Überraschendes. Ja gut, gehen wir davon aus, Lugano bleibt jetzt mitfahren. Ich will es zuerst sehen, also im November und im Dezember und im Januar auch, weil also bis jetzt, ja, jetzt hat man einen Lauf. Schön für Lugano, aber machen es ein ganzes Jahr, weil sonst, du hast gesagt, 16 Jahre, 17, schon fast gleich, also, ja, das ist viel Geschichte dafür, dass wir jetzt da aufgrund von einem Monat, wo es gut läuft, einfach, dass ich würde sagen, das ist uns schön, also, zeigen es doch bitte. Zeigt. 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 Zeigt haben andere einiges am Montag Abend, um es mit einer wirklich komplett verhunzten Einleitung zu sagen. Der Ballon d'Or wurde vergeben. Der Lionel Messi hat ihn bei den Männern Wer hat ihn bei den Frauen bekommen? Wenn ich den Namen könnte, ich würde ihn genau aussprechen, katalanisch. Oh, jetzt wird es schwierig. Ich sage Aitana Bonmati, aber sicher Bonmati hat es neigenommen. Aitana muss ich sagen. Okay. Man hat während der Sendung auch ihren Vater gesehen, ihren ehemaligen Trainer, reden, katalanisch verstehst du nichts, selbst der Kollege, der auf der anderen Seite am Telefon angeschaut hat, der gut Spanisch spricht, hat nicht viel verstanden. Okay, also, katalanisch. Aitana. Aitana und Lionel haben den Ballon Condor gewonnen. Emiliano Martinez ist Goalie des Jahres geworden. Frechheit. Unser Goalie. Muss ich es so sagen. Unser Argentinian. Völlig. Also, das ist ja eigentlich die Auszeichnung, die die Absurdität dieser Wahl wieder einmal sehr, sehr deutlich macht. Okay, ist der Weltmeister Goalie, hat eine gute Weltmeisterschaft gehabt. Ist ein Goalie, der aber sonst auch seine Schwankungen hat in der Meisterschaft. Ich habe gestohnt, dass er nicht versucht hat, ob es seine Gesten zu vollführen mit dieser Auszeichnung zum Goalie vom Jahr, wie das sonst seine Art ist, mit allen möglichen Gegenständen, die irgendwie in meinen Fingern kommen, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Ja, also, das zeigt, dass die Wahl mit Vorsicht zu geniessen ist, wenn man sich anschaut, was zum Teil sonst konstant auf höhem Niveau gearbeitet wird. Dann ist ein Goalie aus einem mittelprächtigen Premier League-Klub, der Weltmeister geworden ist. Ja, kann man machen. Dazu kommt noch das in der Ballon d'Or-Wahl, wo ja auch Spielerinnen sind, nicht nur die Position vom Goalie, der Bono, der marokkanische Nationalgoalie, der auch eine grosse WM gespielt hat, noch zwei, drei Plätze vor dem Martinez auftaucht. Es ist total wie von A bis Z. Ich weiss gar nicht, das haben die Wahlen noch so ein bisschen an sich. Du magst dich nicht aufregen über das? Ja, aufregen mag ich mich sowieso nicht. Wieso nicht? Es regt dich doch auf. Nein, ich mag nicht. Ich kann mich auch im Auto nicht aufregen. Nicht? Das ist einfach nicht nötig. Das bringt nichts. Ich weiss, da fahren Armleuchter und Hornoxen umeinander. Das weiss ich ja. Im Einzelfall. Auch bei dieser Sache, da schaue ich belustigt zu. Die ganze Veranstaltung ist ja so abgehoben, ausgewalzt und nur noch bling-bling. Da sitzen sie in ihren Black-Tie-Anzügen rum mit den Flügen. Ich sage es mal für einen Fussballfam, der einfach am Arsch schaut und ein bisschen Freude haben will. Wenn er das schaut, das hat nichts mehr mit seinem Fussball zu tun. Und da lädt man auch gar kein Wert mehr drauf. Das ist nur noch VIP. Nicht anderes. Ja gut. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Es ist über Kandil. Man versucht ja wahrscheinlich Postkars. Aber dann musst du dich doch nicht am Montagabend ausstrahlen. Gala am Montagabend. Ja, am Sonntag wird schon. In der Welt, wo man mondän unterwegs ist, vielleicht schon. Aber bei uns in der Schweiz ist ja selbst die mit dem geliebten Zürich während der Woche Übersteig hochgeklappt. Montag, Ruhe, Tag. Ja. Dann geht es am Wochenende wieder los. Die Welt schon findet wenigstens am Mittwoch schon an mit dem Wochenende. Das finde ich hat einen gewissen Charme. Bei uns ist man noch strenger. Aber die Veranstaltung am Montagabend und dann mit dem Bling-Bling, das ist irgendwie lächerlich. Am Schluss weiss, wer gewinnt, das hat man vorher schon gewusst. Und gleich hat man stundenlang auch noch die anderen vorgestellt, die auch noch eine Chance haben. Zwischendurch sind einmal fünf von Manchester City auf der Bühne gestanden. Leider der Bräune gefehlt. Der ist verletzt, damit man nicht zumuten. Oder selber gesagt, machen den Quatsch ohne mich. Ja, das ist ein bisschen die Frage. Ist das immer schlimmer geworden? Ich habe früher nicht so gelacht. oder ist das erst jetzt so wirklich ausgeprägt nur noch alles auf Hochglanz, Bling-Bling, VIP? Gut, das ist jetzt schon eine Weile. Schon eine Weile. Das hat ja den Fussball geschafft, dass man eigentlich jede Veranstaltung, die nichts mehr mit dem Match zu hat, wahnsinnig lang fertig macht. Das fährt beim FIFA-Kongress an, wenn du die Übertragung schaust, die kannst du zum Teil so Streams schauen, geht episch lang nach Auslosungen für die Champions League zum Beispiel, wo zuerst noch die Gastgeberstadt oder die Herkunft statt von dem, der die Kugeln zieht, im Kurzporträt kommt. Es geht einfach auch wahnsinnig lang. Der Akt selber ist relativ schnell vorbei. Das, was der Fussball ausmacht, dass man weiss, es geht 90 Minuten, dann kann ich wieder etwas anderes machen, im Gegenteil zu einem Tennis-Match oder im US-Sport, was wirklich auf die Spitze treibt, das Auswalzen von dem, was da passiert, angeht. Dort hat man das irgendwie vergessen, die Tugend. Also von dem her, ja, es passt irgendwie dazu. Aber ehrlich gesagt muss man es ja nicht schauen. Es gibt ja keinen Grund. Das stimmt. Wenn es dir nicht passt, dann schau doch nicht. Hast du vielleicht den Backcam gesehen, wo Lionel Messi Globhudelight hat? wahrscheinlich. Also er hat, du hast ihn gesehen. Zwischen Tour habe ich weggeschaltet. Ah, der hast ihn verpasst. Inter Miami, was ein lustiger Name ist für den Klub, finde ich immer noch aufs Neue, jedes Mal wieder, ist der Klub von Messi grosser Moment für US-Fussball, könnte man ja sagen, dass ein Spieler, der in Nordamerika spielt und nicht in Saudi-Arabien zum Spieler vom Jahr gewählt wird. Das kann man an Messi zu gut halten. Neben dem Weltmeistertitel und der überragende Leistung, der für unseren Weltmeistertitel gesorgt hat. Übrigens mit den hervorragenden Leistungen des Goals Timu Martinez. Ich erinnere an den wahnsinnig safe Verschluss gegen Colomani als nächster Nähe. Furchtbare Flegeltruppe. Ja, ja, gut. Eine Reihe von Metzger in der Abwehr gut. Macht es natürlich einfach. Metzger, Betrüger und Schlitz. Gott, das sind die alle. Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, gewisse Widerbarste geheim, merke ich, da müssen wir furchtbare Mannschaften sein. Furchtbare Mannschaften. Herrlich, warum muss das sein? Wirklich schade. Auch eine furchtbare Mannschaft hat scheinbar Manchester United, muss man sagen. Die Überleitung fällt mir gut. Da haben wir übrigens auch drauf getippt, das war aufgrund des Spiels. Derby am Wochenende, 3-0 für City im Old Trafford, was der Kollege und Sportfreund Stefan Roth zur Weisskloot getrieben hat, sagen wir es ruhig so. Gut, er hatte ein strenges Wochenende. Roth, seine Mannschaften, erstens United, zweistens Nottingham, da hat er auf vier Punkte gehofft, gestaunlicherweise Nottingham in Liverpool gespielt, United daheim gegen City, also wie man darauf kommt, ja gut, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber er war noch zornig. Ja gut, aber er muss sich jetzt schon auch Vorwürfe hören, also erstens zwei Mannschaften in der gleichen Liga haben, wie soll das gehen? Nottingham ist aufgestiegen. Gut, aber er ist nicht erst gestern Fan von denen. Nein, aber die waren jetzt auch lange unten drin. Es hat immer funktioniert. Er ist ja in der Super League gar nicht von drei Klubs Fan. Also ich finde, diesen Schuh muss er sich selber anziehen. Gut. Also in der Rot-Tabelle, wir können es geschwind addieren, 25 Punkte, also wir wären nicht mal erst zusammen, Nottingham und Man United. Tottenham mit 26 Punkten auf Platz 1. Erling Haaland hat ja allein auch gleich viele Goal geschossen wie ganz Manchester United zusammen. Also das bringt Manchester United auch nichts. Ja, dort ist man ein bisschen in einem Zwischentief, kann man sagen. Jetzt hat man eigentlich letzte Saison Freude gehabt, der Eric Tenhag ist gekommen, hat ein bisschen aufgeräumt, hat Ronaldo vom Hof gejagt, das ist offensichtlich eine konstruktive Massnahme gewesen. Jetzt seit dem Sommer ist es nicht mehr ganz so rosig wie auch schon. Es gibt ganz komische Nebengeräusche, der Schauplatz zu Jadon Sancho, der in den letzten Monaten immer geschwählt hat, die Diskussion um mentale Gesundheit und was hat der Trainer sagen dürfen und wie ist er zu weit gegangen mit Informationen betreffend im Gesundheitszustand von dem Spieler, der in die Privatsphäre gehört etc. Ein ganz seltsamer Nebenschauplatz und auf dem Platz ist es auch seltsam. Man kommt überhaupt nicht in die Gang mit einer Mannschaft, in der man das Gefühl hätte, dass die etwas taugt. Man hat sich verstärkt im Sommer, hat einen von den besten Goalys von Europa gehalt mit André Onana, der doch auch einen Match drin hatte. Aber zuletzt war er stabil. Er ist einer, der mit dem Ball umgehen können. Blöderweise haben wir zwei Verteidiger auf der verletzten Liste. Die können mit dem Ball umgehen. Die Spiele können antreiben mit Lissandro Martinez und Luc Jean. Aber der Gesamteindruck ist, dass man nicht genug von seiner Handschrift hat er nach dem Derby gesagt, er könne nicht so spielen wie Ajax, wo er natürlich auch eine andere Mannschaft hatte, logischerweise nicht so spielen, was heisst das, aber er sagt weiter in dem Interview mit Via Play die Spieler bestimmen, wie man spielt. Ich weiss, was er meint, aber das darfst du nicht so sagen. Er muss bestimmen, wie man spielt. Natürlich kann er nur so spielen lassen, wie es die Spieler hergehen. Das ist wahrscheinlich das, was er meint. Er hat schon mehrfach mit unglücklichen Äusserungen für Kopfschütteln gesorgt. Zum Beispiel, dass man auf dem richtigen Weg sei, nach fürchterlichen Spielen, auch jetzt da wieder nach dem 0-3, es wird ja immer besser. Das sieht er schon, da hat er ziemlich exklusiv die Sicht darauf, dass es so besser wird. Dann das Thema nicht nur Sancho, wo er meiner Meinung noch ein bisschen verdattelt hat, wenn er das gehandelt hat. Öffentlichkeitswirksamkeit nicht gut, vor allem nicht. Nicht zu vergessen, Mason Greenwood ist ja er der, der gesagt hat, dann darf ich wieder spielen bei ihnen, wo man sich schon die Frage stellen muss, aus welchem Grund. Da müssen wir nicht mehr näher auf das Thema eingehen, aber das hat ihm persönlich nicht gut in seiner Wirkung und jetzt die Äusserungen und irgendwann muss man schon mal eine Handschrift sehen von ihm, dass man deutlich sagen kann, das macht jetzt er mit denen. Jetzt sind sie einmal er behauptet, sie sind vorne stark im Pressing, das mag ja sein, aber das machen sie viel zu wenig oft. Und dann die Verzweiflung, dass man mal einfach versucht, das City mit irgendeiner Massnahme zu bekämpfen, statt einfach nur versuchen, den Schaden zu begrenzen, das finde ich ein bisschen hoffnungslos, muss ich ehrlich sagen. Gleichzeitig muss man relativieren, wenn man sieht, wo die Mannschaft herkommt. Die letzte Saison war im Endeffekt aber eigentlich kommt man ja aus zehn Jahren Trümmer und hat jetzt in dieser frühen Saisonphase, wenn man schaut, wer verloren hat, also man hat gegen Crystal Palace verloren in der Meisterschaft, okay, aber sonst sind die Meisterschaftsmatch, könnte man jetzt auch sagen, wenn man nicht Manchester United brüllen hat, etwa so gelaufen, wie man es erwarten konnte. Man hat gegen Tottenham verloren, wo im Moment auf Platz eins steht, also keine Laufkundschaft, hat gegen Arsenal verloren, hat gegen Man City verloren und hat gegen Brighton verloren, der immer noch kein grosser Name ist, aber für uns Fussballhipster, für die und mich natürlich ein und alles ist unter Roberto de Zerbi, der Fussball gefühlt auch wochenneu erfindet, mindestens neunze so, nein, Spass beiseite, es sind aber nicht schlechte Mannschaften, wie man nicht gut ausgesehen hat, jetzt kann man sagen, man bräuchte einen Sieg mehr oder zwei, fair enough, also das erste Heimspiel gegen die Wolfs hat man eine Penalti gestohlen, das muss man einfach so sagen, als Rona Kalajic umgemäht hat, das ist klar Penalti, dann wäre es 1-1 gewesen, ich nehme nicht an, dann wäre rein, das ist schon ein bisschen, das sehe ich nicht genau gleich, ich finde, wenn du zum Beispiel ansprachst, die Google anschaust bei Tottenham, da hatte nicht viel mehr Zeit oder viel weniger Zeit mit einer Mannschaft, die gesagt hat, die ist ein Trümmer, da ist keiner davon gelaufen und da siehst du eine Handschrift, ob das nachhaltig ist, dort ist mir eigentlich gleich, die Tottenham sagen mir nichts, aber ich habe Freude den Post gekommen, weil der etwas herbringt, das ist fantastisch zu sehen, dass man aus einem Nachteil aus, wenn du einen Harry Kane verlierst, plötzlich einfach irgendetwas umbaust, neuen Schwung reinbringst, die so spielen lässt, wie du das willst und dann zu vertrauen schenst und dann geht das. Das macht Spass dem zuzuschauen. So sehe ich das beim Ten Hach nicht. Er kann schon sagen, die Spieler bestimmen, was wir machen. Aber du bist der Chef von denen, du musst denen sagen, was sie zu tun haben, was du sehen möchtest. Und wenn die das nicht können, dann musst du es nicht machen. Ich finde, für Anthony hat man 80 Millionen gezahlt. Apropos Flegel. City hat für die Hälfte gezahlt und kriegt doppelt so gute Spieler. Also apropos Flegel. Anthony hat den Ten Hach von Ajax Aussenlinien macht ab und zu, muss man sagen, hat er lässige Tricks drauf, aber Torproduktion angekurbelt dort nicht gross. Also von mir aus ist das ein fehl Einkauf. Ich würde ja nicht behaupten, es läuft sensationell gut. Ich würde einfach mahnen, dass man von den richtig starken Gegner die meisten mal hatten. Jetzt wird sicher gerade Lügen gestraft. Nein, das ist Liga Cupp. Newcastle, wo sie als Nörst sind. Aber die kommen dann irgendwann auch noch. Aber jetzt in der Meisterschaft Fulham auswärts, Luton daheim, Everton auswärts, also November, der müsste eigentlich, was die Premier League angeht, jetzt für Manchester United nach oben zeigen. Kann man sich vielleicht auf die Champions League fokussieren, wo man es ja geschafft hat, gegen Galatasaray zu verlieren. Daheim, was dann auch nicht unbedingt hilft, wenn man versucht, die Fans hinter sich zu bringen, logisch. Und dort hat man jetzt Copahagen und Galatasaray auswärts. Ich glaube, der November, man kann vielleicht gar nicht so viel gewinnen, man könnte viel verlieren, als Eric Tenhag in dem Monat. Darum bin ich jetzt gespannt, was da kommt. Dass man nicht vergessen, vor allem in englischen Zeitungen und Medien gebrochen, die immer wieder gesagt, Gleiser sind die Schulden, die machen sicher einen Haufen falsch, einen Haufen Geld. Das sind Besitzer, die Amerikanischen haben ein Haufen Geld rausgezogen. Sir Radcliffe konnte jetzt 25% übernehmen von den Anteil von den Gleisers und wollte dann im Sport eingreifen. Aber die Gleisers haben ja nicht Transfer selber eingefädelt und so weiter und bestimmen, wie man spielt, sondern das macht Tenhag. Die Gleisers sind ja einfach was was die können wissen, sind sie mit Lausanne auf abgestiegen wieder aufgestiegen sind und jetzt der Heiko Vogel als letztes noch geschlagen habe, er gehen musste. Wenn etwas eine Garante ist für Gleisers sage ich schon Ineos, Sir Radcliffe, Jim Radcliffe ist das, excusez. Auch uns durcheinander angebracht. Es wird Zeit, um das letzte Thema anzuschneiden und dann für Robert zu machen, würde ich sagen. ein trauriges Thema. Ja, das hat richtig weh getan. Letzte Woche haben Hockeyspielen gestorben in Grossbritannien, England, Sheffield. Adam Johnson, der von einer Kuf getroffen wurde, in der Halsgegend, also brutal gesagt, gehelnd aufgeschlitzt in einer Situation, in der fast nichts mehr möglich ist. Dann steht man da und sagt, was jetzt? Was machen wir jetzt? Zuerst ist man erschüttert, logisch. Dann erinnert man sich an all die Fälle, die es schon gegeben hat vorher. Es passiert ja immer mal wieder, muss man leider konstatieren. In der Schweiz der bekannteste Fall Michel Zeiter vor etwas über 20 Jahren, der vor einer Kuf getroffen wurde, aber zum Glück die Halsschlagadere verschont geblieben ist. Das ist gut ausgegangen. Jetzt gibt es Diskussionen um Halsschutz. In Skandinavien sind die obligatorisch. Skandinavier als Hockey-Nation sind ja nicht verdächtig, ahnungslos zu sein. Im Gegenteil, die sind besser als wir. Wenn kommt für uns der Halsschutz? Ja, das ist die Frage, was jetzt aus dieser Diskussion entsteht. Bis jetzt fährt mir die Politik davon, dass man auf die Eigenverantwortung setzt. Wenn man den Menschen ein bisschen kennt in verschiedenen Lebenslagen, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass er die Eigenverantwortung sehr ernst nimmt. Der Hockeyprofi bastelt ja auch sehr gerne an seinen Ausrüstungen umeinander, schneidet mal dort ein bisschen ab, weil es unbequem ist. Wir haben früher auch schon mal nach dem Zeitervorfall die Halskrause tragen, wo man die schnittfesten Einlagen rausgenommen, weil man die fast nicht mehr bewegen konnte. Man hat die so gedreht. Was ich gehört habe, in Skandinavien, Schweden vor allem, und Finnland, wo das obligatorisch ist, jetzt gehört Finnland nicht richtig zu Skandinavien, aber das lassen wir jetzt mal bleiben. Wird das auch nicht so kontrolliert, dass man sagen könnte, da ist sicher, dass die jederzeit auch wirklich geschützt sind, sondern es geht mehr darum, dass man das erfüllt, dass da irgendetwas sichtbar ist. Es ist das Rollkragen-Puller, wenn man so hochkommt, das ist eins, zwei durch. Aber ich habe gestern noch mit Gary Büsser, also gestern, am Montag, Gary Büsser geht, ähm, Leibarzt von der ZZL1, der sich überall auskennt, ist auch beim Zeitraumfall dabei gewesen, und der sagt natürlich auch, du kannst den Hals fast nicht schützen, weil der Kopf bewegt sich, wenn du gehst, auf dem Zeitraum, der Spieler vor ihm stolpert über den Goalie, schlägt ihm das Bein rauf, und dann diese Wucht mit der Schärfe von der Kaufe, da ist alles durch, also, da musst du einfach noch Glück haben, dass es nicht fatal wird. In dem Fall bei Madem Johnson war es leider so, die Kailen aufgeschlitzt, und dann hast du einen Spieler, der im Einsatz ist, Puls wahrscheinlich etwa 160, und dann schneidet das Halsschlag an, dann spritzt das Blut raus, und das ist dann ziemlich schnell draussen, kannst du einfach nichts mehr machen. Die Frage ist, kann man sich gegen das überhaupt schützen? Kannst du wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kannst du dich bis zu einem gewissen Grad schützen. Es klingt jetzt blöd, das ist so Sonntagsreden, wo man dann automatisch schwingt, und dann sagt man ja, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Nein, logisch nicht, in einem Sportwis sowieso nicht, wo es schnell geht, du hast die scharfe Spanden und Menschen, die in die hineinknallen und zum Teil noch von irgendjemandem unter hinein geschüpft werden, in einem blöden Winkel. Also, es passiert ja immer mal wieder etwas. Also, ich verstehe jeden, der sagt, okay, ich will versuchen, mich am HS zu schützen. Es hat ja auch in der Schweiz die Profis gegeben, Martin Plus und Ivo Rüttemann sind die in den 90er-Jahren, glaube ich, die zum Teil auch ein bisschen belächelt worden sind, weil sie, ich glaube, sie sind wie eingenehnte Autogürte, also Sicherheitsgehörte aus dem Auto, die in so einen Kragen eingenehlt waren. Es war selber gemacht, weil die Textilindustrie noch nicht so weit war. Und der Ausrüster auch nicht, der hat den Flux, die Halskrause, die herumgespickt ist und sich verschoben hat. Aber Gary Busser hat noch eine gute Idee gehabt, ausgehend aus dem Mittelalter, die Knappen, die seltsamen Kostüme ankämmen, mit Kapuzen, die aber verbunden waren bis abend, hat er gesagt, das wäre eigentlich die Idee, eine Art schnittfester Taucheranzug, natürlich nicht aus dem Material, aber mit Kevlar verstärkt, wo dann den Kopf auch wie eine Kapuze nahe hat, unter das Kini geht und der Anzug möglichst leicht, dass der ganze Körper gegen die Schnitte geschützt wäre. So etwas versucht man ja gar nicht. Also müsste mal ein Hersteller sich wagen, so etwas zu machen, schauen, dass sich die Leute noch bewegen nachher. Dann ist die Frage, legen sie es auch an. Wenn sie es müssten, würden sie es wahrscheinlich machen, aber der Profi versucht, wenn die Ellbogenschoner da werden auch Zeug weggeschnitten, weil sie Bewegung eindämmt, ohne darüber nachzudenken, was denn passiert, wenn die Haie wirklich auf die Ellbogen runtergekommen. Das sagt sich nie. Ich gehe eh nicht um. Das sagt sich der Profi. Das natürlich nicht stimmt. Man müsste eigentlich immer mit dem Schlimmsten rechnen. Aber es ist halt so, wenn du sagst, Sonntags redet, wenn etwas Schlimmes passiert, verspricht man Besserung, man versucht alles, zwei Wochen später hat man es wieder vergessen. Es ist eine gewisse Ratlosigkeit, was sich in solchen Situationen breit macht und klar wird, dass man nicht eine Lösung hat. Ich glaube, am Schluss werden wir in Zukunft wieder mehr Leute sehen, mehr Spieler sehen, die mindestens mittelfristig oder kurz mittelfristig mit einer Halskrause rumfahren, was es langfristig bedeutet. Wird sich dann zeigen müssen. Wollen wir zum Endspurt gehen? Gehen wir zum Endspurt. Da bleiben wir gerade beim Hockey zuerst. Schönes Thema. Jumbo Joe Thornton hat im Alter von 44 jetzt auch offiziell Schluss gemacht. Das ist keine grosse Überraschung, wie er selber auch festgestellt hat, in dem Video, das er veröffentlicht hat, um zu verkünden, dass es das war mit seiner Karriere. Einer von den ganz grossen, die nie den Stanley Cup gewonnen haben. Im ersten Versuch wird im Hall of Fame aufgenommen werden. Von dem kann man ausgehen. Große Karriere gemacht. Einer von den First Round oder First Overall Picks, die auch traded worden ist in Karriere sehr erstaunlich eigentlich. Er ist in San José gelandet, hat sich dort sehr wohl gefühlt. Das hat mir sehr klar geworden. Er war recht verwachsen mit einer Region, die nicht so wahnsinnig Einshockey affin war. nie den Kübuk heute in Nordamerika in der Schweiz schon. Schweizer Meister geworden mit HC Davos seit den Nullerjahren während dem Eintel Lockout. Wenn man sagt, nie grosser Titel geht nicht schau hat, stimmt gar nicht. Olympiasieger, Weltmeister und Schweizer Meister immerhin. Wir wünschen einen entspannten Ruhestand und hier der Kollege mit einer Schweizerin gibt auch ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht in der einen oder anderen Form auch im Schweizer Reis keine Rolle übernehmen. Irgendwenn in Zukunft wird jemand anders versuchen Rugby Weltmeister zu werden. Am Samstag ist die Rugby WM zu Ende gegangen. Südafrika hat gewonnen in einem packenden Finale. Neuseeland geschlagen. Knapp, aber am Schluss man kann sagen, konnte man den Weltmeister feiern. Es hat viele Leute begeistert die WM und jetzt schauen wir auch Rugby. Rugby Club WM. Äh, Club WM, Club Rugby. Meisterschaft. Toulon gegen sowieso. Ich könnte versprechen, dass ich es mache. In der Vergangenheit hat es schon gemacht, noch Six Nations oder Rugby WM und mache es dann gleich nicht. Es gibt Möglichkeiten auf englischen Sender zum Beispiel kann man ab und zur Rugby schauen. Die Frage ist, ob man es macht. wie bei anderen Veranstaltungen, die einem begeistern, wenn es bei Olympia gesehen ist. Erinnere zum Beispiel an Speed Speed Scating, das ist eine Kurzbahn. Short Track. Nicht das andere, die immer die Holländer gewinnen. 95 Disziplinen, das meine ich nicht. Aber es gibt Disziplinen, aber ich glaube nicht. Ich sehe es wahnsinnig gerne, aber es gibt Leute, behaupten, es sind zu wenig Bewegung drin, die vor allem vom Football her kommen, die die Scrum abgeschafft haben. Gott, Philadelphia Eagles, die erzielen sogar Touchdowns. Aber es ist halt schon speziell, man muss sich wirklich auskennen, das gilt beim Football auch, aber dort geht es einfach zügiger. Die Spielzeuge hat mehr Dynamik drin. Ich bin wahnsinniger Freund vom Rugby, aber ich befürchte, dass das nicht die grosse Rugby auslösen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, schade eigentlich. Eine andere Frage ist, schafft es Union Berlin wieder einmal einen Siege einzufahren. Mittlerweile sind es liegenübergreifend zehn Niederlagen in Serie für den Urs Fischer und seine Isern. Es wird knapp am Samstag spielen. in der Bundesliga gegen die Eintracht. Die Bundesliga ist der Wettbewerb, wo es am meisten darum geht. Die Champions League können sie sagen, das Experiment müssen wir nicht total abstürzen. Eintracht Frankfurt, die in Schuss kam, muss daheim gegen die Spieler spielen. Könnte das sein? Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Ich meine, das Gesetz der Serie würde vermuten, nein, dass es nicht reicht, logischerweise. Aber gleichzeitig sehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Was passiert denn dort? Jetzt zehnmal nacheinander verloren. Warum ausgerechnet jetzt einen Sieg? Man ist jetzt auch nicht heimstark. Man hat sechs Punkte. Einer zu Hause, ein Sieg zu Hause, ein Sieg auswärts, wenn ich mich richtig zusammenraufe. Also es ist überall etwas gleich schlecht. Mühsamer nährt sich das Eichhörnli, aber man muss wahrscheinlich gegen Union tippen, bis das Gegenteil eintrifft. Darum glaube ich, wenn man jetzt auch sieht, wie das gegen Werder Bremen gelaufen ist am Wochenende, es geht einfach ein bisschen wie zu Basel, hat man das Gefühl. Es geht auch schief, das kann schiefgehen. Und dann steht man halt da und schaut blöd aus der Wasch. Also ich glaube, es gibt ein 0-2. und dann wird es dann wirklich richtig unangenehm. Oder Ausfisch. Wahrscheinlich. Andererseits gibt es Leute, die davon ausgehen, dass man mit dem mal wieder in die zweite Liga ging. Ich weiss es nicht. Schwer vorstellbar. Famous last words. Dann gehen wir jetzt zum Tippen rüber. Ja, wir tippen nämlich noch den FC Basel Eivardorf. Von dem haben wir schon geredet. Das ist quasi der Schocker vom Sonntag. Halb Fifi findet er statt. Trainerwechsel gegen Trainerwechsel. Bei Übernach wissen wir noch nicht, wer folgt. Doch, es ist mittlerweile bekannt, es ist vor einer Push-Nachricht gekommen. Was denkst du, willst du tippen, wer als neuer Trainer vorgestellt worden ist? Das hat mich zu Wunder genommen, ob du das erotisch. Ich tippe, es ist nicht Heiko Vogel. Das wäre ein bisschen Überraschung. Nein, Alessandro Mangiaretti ist der bis jetzt vor allem auf Challenge liegende Trainer gewesen. Heute auch der Schweizer Spuren als Profi hinterlassen auf dem Platz. Ohne dass wir näher drauf eingehen. Das war schon ein seltsamer Trainerwechsel bei Übernach. Die waren auf Kurs. Was tippst du? Das Gute für Basel ist der Schock in Oktober und ein einziges Goals ist vorbei, wenn sie hier spielen. gegen Iverlo. Tippen aufs 2-1 von Basel. Jetzt kommt die Wende. Celestini Effekt. Mindestens mal wieder Goal geschossen werden. Die Defensiv Stabilität gut. Was man brüchst. Es empfängt mich nicht. Das muss schon möglich sein. Mit einem neuen Gesicht zu voll kommt. 2-1 Ich glaube ich tippe auch auf einen Sieg Basel. Und zwar ein 1-0. Ich glaube Iverdon ist schwer nachvollziehbar. Das kann dieser Mannschaft nicht schmerzt. Das muss irritieren. Das wird einen Effekt haben. Du sagst es in Basel da fällt eine Last weg. Und irgendwie fällt einer rein. Ich würde nicht darauf wetten dass es Tierno Barri ist der macht. Wahrscheinlich irgendein ganz dreckiger Sieg. Ben Auti Fabian Frey 73 Minuten irgendwie so. Und dann kann sie sich in Basel wieder freuen über einen Sieg in der Super League. Über einen Zweitsäson Sieg in der Super League. Das war es. In den nächsten zwei Wochen Ohne die zwei Wochen Sitz Ferien. Hast du drauf gegangen? Suchen wir jemanden, den wir jetzt sind. Das müsste möglich sein. Wir freuen uns auf nächste Woche. Auf Wiederhören. Bis dann. Pro und Kanzer.